So, hi und hallo mal wieder. Heute geht es um Dinosaurier-Skeletts. Ich habe zwei verschiedene Tütchen besorgt. Einmal ein T-Rex und einmal ein Dino-Skelett. Beides jeweils 20 cm groß angeblich. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Ich öffne ich einmal erst den T-Rex. Das ist das ganze Gebilde. Jetzt einmal den Dino. Wie ihr seht, soll es fünf verschiedene geben. Elf Teile jedes Mal. Das ist der Dino. Soll auch 20 cm groß werden. Also ich werde sie jetzt zusammenbauen. Bis gleich. So, habe sie fertig zusammengebaut. Das sind sie nun. Hier ist der Dino. Die Größe kommt ungefähr hin. Es sind nur 18 cm, aber es passt. Jetzt kommt der T-Rex. Und seht mal den Unterschied. Keiner. Nur ein klein bisschen. Die Farbe der Knochen sind anders. Sonst beide identisch. So wie ich das finde. Aber seht selber. Also. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Was in den Dino-Tüten steckt. Für mich sehen sie auch noch beide gleich aus. Und wie immer. Guckt hin. Und schaut zu.